Hallo ihr Lieben, ich bin's Alina. Willkommen auf meinem Channel Team. Alina, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute nehme ich euch mit, wieder mal zu einem Training bei mir zu Hause. Wir sind natürlich hier gut ausgestattet, aber wie kann ich noch im 8. Monat trainieren? Was mache ich noch für Übungen? Was funktioniert überhaupt noch? Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder wer einfach nicht genug kriegen kann von meinem Gesabbel, der folgt mir auf Snapchat auf Team Alina und sieht meinen ganzen Tag, jeden Tag. Also, ich bin jetzt raus, fühlt euch gedrückt und geküsst, eure Alina.